Es ist Zeit, deine Karriere voranzutreiben. Es ist Zeit, ein Geschäft zu bauen, einen Arzt zu erschaffen, einen Polizisten zu lenken und die Wissenschaft herauszufordern. Es ist Zeit, an die Arbeit zu gehen, den Traum zu leben, Backwaren zu verkaufen, ohne Hose, einen Job zu kriegen, indem du deinen Ex verhörst, einen Cowboy operierst oder das Portal zu einer anderen Dimension erfindest. Es ist Zeit, die heißesten Sportoutfits zu verkaufen oder die allerneuesten Sanitäranlagen, Verbrechen aufzuklären und den Schrecken der Nachbarschaft hinter Gitter zu bringen, Leben zu retten und dunkle Abgründe zu erforschen und sogar ein Gefängnis im Keller zu bauen. Denn wer besucht nicht gerne exotische Orte und lernt neue Leute kennen und treibt Techtelmechtel voran? Du erschaffst. Du lenkst. Deine Story am Arbeitsplatz. Das The Sims 4 an die Arbeit Erweiterungspack ist ab dem 2. April im Handel.